Herzlich Willkommen ihr Lieben bei Darninod Gaming. Wir spielen heute wieder Ultimate Doom. Diesmal ist es die zweite Episode des Shores of Hell, die wir mit Brutal Doom auf Ultra Violence durchspielen werden. Ich wünsche euch viel Spaß. Na komm. Scheiße. Kill. Kill. Fuck yourself! Fuck yourself! I'm your worst nightmare! This room looks better in red anyway! Ha Ha! Da kommt Besuch. Da kommt Besuch. Das war's für heute. Run, 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 run Alles geklärt hier No So, der Block fährt hoch, um an beiden Seiten Schalter zu betätigen und wir gehen erstmal hier in diesen kleinen Gun rein. Das ist ein Secret. Ja, und jetzt bleiben wir noch. Sogekort, ne? Das ist ein zweites Secret. Okidok. Ok. So, die blaue Rüstung. Ok. Und wir sind auf 100. Ok. Na komm. Und jetzt finden wir einen neuen Teleporter. Sehr gut. Wir sind schon beim Exit. Aber das wollen wir noch nicht. Uns fehlt noch ein Secret und wir haben sechs Monster noch nicht gekillt. Ok. Zurück. Die lassen wir nochmal hier liegen. Uh! Ah! Ah! Das war ein Medi-Kit. Na was solls. Ok. Ja, dann muss ich schon aufsammeln. Ist hier nichts mehr? Nein, hier ist nichts mehr. Ah, ich hab ihn jetzt. Ich werde es nicht mehr. Ich werde es nicht mehr. Ich habe es nicht mehr, ich habe es nicht mehr. Das war's für heute. Okay, das war's.